Guten Tag Schnörkeling! Bitcoin, Stablecoin, Altcoin, Memecoin, Shitcoin Meine Gedanken zu den Vor- und Nachteilen zu den einzelnen Produkten Ich bin der Kryptoschnörerin, los geht's! Gegrüßt, Interessierter Schnörkeling, Kryptoschnörkeling in diesem Falle Ich habe mir Gedanken zu den Vor- und Nachteilen von den einzelnen Coins gemacht Bitcoin, Stablecoins, Altcoins, Memecoins und habe das rudimentär aufgeschrieben, in PDF umgewandelt und eine KI genommen die eine Präsentation draus macht Ich kenne nur die ersten zwei Seiten Ich habe mir gedacht, ich ziehe mir das jetzt mal rein Versuche dabei zu erklären, was ich gemeint habe und mal gucken, was die Maschine ausgespuckt hat Los geht's! Fangen wir mit dem Bitcoin an Der Bitcoin ist einzigartig und wertvoll durch Nachfrage und investierte Energie Was bedeutet das? Nachfrage bedeutet, die Leute sind bereit, das Ding zu kaufen Für Euro, für Dollar Und kaufen kann man die, wie ich vorhin in meinem ersten Video in der Reihe erklärt habe Unter anderem auf verschiedenen Kryptobörsen wie Binance oder Kraken oder mittlerweile auf normalen Börsen, in Anführungszeichen, wie Trade Republic oder was es da alles noch gibt Kraken ist auch noch eine Börse Wie gesagt, die Zahlmöglichkeiten werden mehr und nicht weniger an Bitcoin zu kommen Das Interesse ist hoch und somit ist die Nachfrage gegeben Was den Bitcoin einzigartig macht, ist die investierte Energie Man kann sich das vorstellen wie in der Mine Deswegen heißt das auch Mining Bei Goldschürfen muss man erst Geld, Zeit und menschliche Kraft investieren um in die Mine zu gehen und das Gold zu schürfen und erst mal an die Oberfläche zu fördern So ist es auch mit dem Bitcoin in dem man eben Energie aufwenden muss und zwar immer mehr Energie um, ich sag mal, eine mathematische Aufgabe zu lösen Das ist das, was den Bitcoin meiner Meinung nach von allen anderen Coins unterscheidet und deswegen einzigartig macht Das ist so ein signifikanter Vorteil dass es am Ende für das Fazit für mich sogar noch mal relevant wird Was macht das mit dem Bitcoin? Er hat Potenzial für gesellschaftliche Neubewertung von Arbeit Was heißt das? Leute, wir könnten uns darauf einigen dass Krankenschwestern angemessenes Geld bekommen und nicht ein Urteil von dem verdient zum Beispiel, was ein Investmentbanker macht Nichts gegen Investmentbanker Aber dann sind wir in der Position als Gesellschaft neu zu bewerten welche Dienstleistungen und welcher Beruf uns aus einem begrenzten Pool von Währung wert ist Das ist ein Game Changer Das ist ein Paradigmenwechsel Ganz andere Spielregeln Außerdem führen die Eigenschaften der Blockchain zu einer hohen Eigenverantwortung und einem besseren Selbstbewusstsein, sag ich jetzt mal Wenn man bei einer Transaktion nicht nur bei Bitcoin, sondern generell bei der Blockchain wenn man da die falsche Adresse eingibt ist das Ding weg Wenn man das falsche Netzwerk auswählt ist das Ding weg ein nicht kompatibles zum Beispiel Oder wenn man auf einen Scammer reinfällt und überweist jemandem etwas ist das Ding weg Das ist risikobehaftet aber es stärkt das Selbstbewusstsein und die Eigenverantwortung eben Da bin ich großer Freund von Wenn wir alle gut gebrauchen, finde ich von daher ist das auch ein Vorteil Aber jetzt kommen wir zu den Nachteilen Einmal ist nicht bekannt wer den Bitcoin erfunden hat Satoshi Nakamoto Ne, Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto Ist angeblich der Erfinder Also ist der Erfinder Ist aber ein Name, den sich irgendwer irgendwie irgendwo gegeben haben kann Auch eine Gruppe von Menschen Und Naja, wozu das bei mir geführt hat ist, dass ich eigentlich Ich bin der Meinung Unser aktuelles Geldsystem ist Betrug Da seit 1971 der Goldstandard aufgehoben worden ist für den US-Dollar Somit ist die Fiat-Währung jeder US-Dollar Jeder Euro ist im Endeffekt wertlos Bloß es wird immer mehr davon erzeugt Und ich bin schon seit langem eigentlich Verfechter von Bargeld Und man hat das geschafft Bei mir Dass ich von Bargeld ist geil Zu Hm, digitale Währungen sind auch super Und ich propagiere das sogar Innerhalb von meinem Umfeld Indem ich zum Beispiel so ein Video hier mache Und daher Intelligente psychologische Operationen Vielleicht Auf die ich reingefallen bin Wer weiß, wer weiß Ein weiterer Nachteil ist es Dass es eben diese digitale Agenda Vorantreibt Also Man kann mittlerweile daheim sitzen So wie ich hier jetzt Und theoretisch zur ganzen Welt hier sprechen So wie hier jetzt Und das fördert das eben Bitcoin ist da im Bereich Bezahlen unterwegs Und andere Kryptos Sind auf andere Felder spezialisiert Da kommen wir noch zu Das letzte habe ich eigentlich schon erwähnt Hohe Risiken Bei Fehlern Zum Beispiel Falsche Adresse eingegeben Geld ist weg Inkompatibles Netzwerk ausgegeben Geld ist weg Ist halt so Und wir zur zweiten Seite Und die kenne ich noch nicht Spannend was passiert Ich glaube ich schenke mir mal was zu trinken Nein in der Zeit Stablecoins Digitales Geld mit Risiken Ja Bin ich dabei Der kommt durch instabile Fiat Währung Stablecoins sind oft durch Nicht gedeckte Fiat Währung abgesichert Was ihre Stabilität infrage stellt Ja Wenn ein Unternehmen Oder eine Kryptowährung Sagt Wir haben 100 Millionen US-Dollar In der Bank Dann ist das schön Und das ist viel Geld Und das hätte ich auch gerne Aber 100 Millionen Dollar Sind dennoch seit 1971 Nicht mehr durch den Goldstandard Gedeckt Der wurde aufgehoben Durch Richard Nixon Und seitdem ist die Welt Eine andere finanztechnisch Aus meiner Sicht Dann kommt dazu Es fördert Förderung des digitalen Lebens Sie treiben die Agenda Des digitalen Lebens voran Was nicht von allen Als positiv gesehen wird Wer ist mit sie gemeint Ich meine selbstverständlich Die Reptiloiden Nein Spaß beiseite Mit sie meinen wir Oder meine ich die Kryptos Die Kryptowährungen Die Kryptofunktionen Die Digitalisierung Über die Blockchain Der Welt Und das hat den Nachteil Achso wir sind ja bei den Stablecoins Haha Danke Das hat den Nachteil Das hat den Nachteil Das gerade wenn die Regierung Die sind eben zuständig Für die Betreiben Von Für das Betreiben Von den Stablecoins Den Regierungen Wird damit Tor und Tür Geöffnet Erstmal nur zu schauen Und dann aber potenziell Auch einzugreifen Also hier Potenzielle Überwachung Und Eingriffe Es besteht die Möglichkeit Der Überwachung Eingriffe in Transaktionen Oder Sanktionierung Durch Regierung Zum Beispiel Darfst du dir dann Deine zweite oder dritte Coca-Cola nicht mehr kaufen Im Supermarkt Weil dein Zuckerlevel Für die Woche erreicht ist Blödes Beispiel Aber nur ein theoretisches Beispiel Kommen wir zur nächsten Seite Ich weiß gar nicht wie viele es sind Altcoins Spezialisierte Kryptowährung Wertbestimmung Der Wert wird durch Nachfrage bestimmt Manche halten wertlose Fiat-Währungen Als Reserve Also ähnlich wie die Stablecoins Da wird Stabilität Und Kapital suggeriert Das ist auch da In der alten Welt Mit dem alten Verständnis Aber wie gesagt Nicht goldgedeckt Und erzeugt worden Durch Kredite Das ist das Problem Was ich auch nicht mag Ist dass Viel davon Gerade der Ethereum Ist von Proof of Work Auf Proof of Stake Umgestellt worden Das bedeutet Es muss nicht mehr Gemeinsam berechnet werden Dass die Transaktion So gelaufen ist Wie sie gelaufen ist Sondern das Naja Es wird jetzt anders gemacht Es gibt jetzt die Möglichkeit Theoretisch Dass man sich da einkauft In das System Zum Beispiel vom Ethereum Und dann Ist man in der Lage Die Transaktion Mit zu berechnen Aber erst Wenn man viele Ethereums hat Also ein Wal Jemand der viel Geld hat Kann sich da quasi Reinkaufen in das System Und es hat Vor- und Nachteile Das hat zum Beispiel Den Vorteil Dass man in kurzer Zeit Ein Update einspielen kann Man braucht eine gewisse Anzahl An Leuten Die genug Nodes haben Also genug Ethereum am Ende vom Tag Und irgendwo Deponiert haben Um mitzuberechnen In der Blockchain Und da braucht man Eine gewisse Anzahl für Um zum Beispiel Updates Einzuführen Das ist gerade im Sicherheitsbereich Ziemlich relevant Und wichtig Das hat aber auch Nachteile Weil es ermöglicht Generell eine nachträgliche Manipulation der Blockchain Aber Das sind die Gedanken Die ich dazu habe Und am Ende vom Tag Bin ich ja trotzdem In Anführungszeichen Pro Krypto Aber ich finde es wichtig Auch die Negativaspekte Zu beleuchten Markteinfluss Altcoins treiben Die digitale Agenda Technisch voran Und binden viel Kapital Oh ja Der XRP Wie ich in meinem Im ersten Video Gezeigt habe Ist zum Beispiel Potenziell Als Erweiterung Für das Geldsystem Für das SWIFT System Vielleicht Vorhanden Also man könnte Zusätzlich ein Neue Über die Blockchain Bezahlen Mit etwas was schneller geht Dezentrales Und Innerhalb von 5 Sekunden Überwiesen ist Das wäre schon revolutionär Problematisch ist halt Dass es diese Tokenisierung Die Digitalisierung Von Alle möglichen Vorantreibt Entschuldigung Ich fühle das Haar auf der Zunge Gefühlt von Alle möglichen Vorantreibt Seit es Dein Kühlschrank Der vernetzt ist Deine Haustür Die einen Fingerabdruck hat Der Kühlschrank Der weiß Wann welche Lebensmittel Abgelaufen sind Der Katzenfutterautomat Der Beef mit der Katze Hat und sie nur Jedes zweite Mal füttert Da gibt es Viele viele Möglichkeiten Und das mag nicht jeder Aber das schreitet Nur mal voran Und die Altcoins Haben da eine Signifikante Rolle Dabei finde ich Und sie binden Viel Kapital Ich habe mich gefragt Das sind 2,4 Trillion Dollar Das müssten 2,4 Also 2 Billionen Euro sein In diesem Kryptomarkt Insgesamt Stand Juli 2024 2,4 Und was würde passieren Eingepumpt Das wird der Öffentlichkeit Zugänglich gemacht Und dann verkaufen Und dann verkaufen diese Leute Das wer weiß was damit passiert Ich vermute Geldwäsche Und wenn man Damit investiert In diese Kryptoszene Das ist sehr verlockend Weil man immer nur Diese hohen Gewinnspannen Sieht Diese immensen Es ist noch nicht zu spät Meiner Meinung nach Aber Investieren Und zocken Sind zwei unterschiedliche Dinge Ich habe keinen Investitionsberatungskanal Ich mache auch keine Investitionsberatung Ich persönlich rate Vom Investieren ab Aber wer das trotzdem Machen möchte Eigenverantwortung Mache ich ja auch Kommen wir zum nächsten Oh es geht mit der Tastatur weiter Nice Meme Coins Spaß oder Spekulation A.K.A. Spekulatius Wertbestimmung in Meme Coins Meme Coins bestimmen ihren Wert Ausschließlich durch die Nachfrage am Markt Ohne reale Deckung Also zum Beispiel Da kommt jetzt bekannte Beispiele Dosh Shiba Inu oder Pepe Sind die bekanntesten Aber es gibt tausende weitere Wie Homer Simpson Oder Capybara Oder Elon Musk Merry Christmas Oder Trump Fires Biden Oder weiß der Kuckuck was Das ist unglaublich Meme Coins sind natürlich nicht Gedeckt Memes sind geistige Viren Hat Vera F. Birkenbiel Mal schön auf Deutsch erklärt Wer den Kanal nicht kennt Nuh in Frieden Gute Dame Wundervoller Kanal Wundervolle Informationen Vera F. Birkenbiel Und diese geistigen Viren Decken sich eben in Spekulationsobjekten Das gibt es halt heutzutage Funktionen Im Vergleich zu anderen Kryptowährungen Erfüllen Meme Coins Keine spezifische Funktion Also die können nichts Die sind nur witzig Süß Niedlich Aufregend Wie auch immer Und manche Leute Haben halt krassen Einfluss Darauf Ich sag mal Elon Musk Elon Musk Macht ein Shiba Inu Bild Und der Kurs Springt hoch Das ist ein blödes Überspitztes Beispiel Ich glaube das gab es In der Vergangenheit auch Es gibt aber auch andere Szenarien Auch wie der Elon Musk Tesla hat viele Millionen Teile Seiner Bitcoins verkauft Und trotzdem ist es der Der Markt relativ egal gewesen Da ist nichts abgestürzt Soweit ich das mitbekommen habe Ansonsten zeigt mir bitte das Gegenteil Ich bin immer für neue Informationen zugänglich Und freue mich wenn ich mich Mit irgendjemandem austauschen kann Weil ich schwurbel so viele Allein vor mich rum Dass ich jetzt halt eben Videos mache Und das irgendwie der Welt Zum Beispiel dir Und vielleicht noch jemand anderem präsentiere Von daher Falls du so lange durchgehalten hast Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit Bitte drück den Daumen hoch Knopf Um mich zu unterstützen Ich bin auf der Suche Nach mehr Ruhm und Reichweite Ich finde das interessant Vielleicht finde ich andere Mit denen man sich austauschen kann Bitte Hilfe Falls du dich unterhalten fühlst Danke an der Stelle dafür Weiter geht's Potenzielle Vorteile von Kryptowährung Finanzielle Freiheit Kryptowährung bieten die Möglichkeit Unabhängig von traditionellen Finanzsystemen zu agieren Finde ich schön Gerade die Idee Dass man eben nicht Abhängig ist von dem System Was mit dem Geld halt eben Naja Arbeitet Sondern direkte Mensch zu Mensch Transaktion Warum nicht Ohne dass jemand dazwischen gescheitert ist Für wenig Kosten In sehr kurzer Zeit Das klingt doch vielversprechend Zum Beispiel Technologische Innovation Die Blockchain Technologie Treibt Innovationen In vielen Bereichen voran Zum Beispiel wurden In der Corona Zeit In Kanada Den Unterstützern Von den Trucker Protesten Falls ihr das mitbekommen habt Wurden zum Teil Wurden die Konten Den Leuten gesperrt Also die Traditionellen Bankkonten Auch Paypal Und dann hat man das eben Mit Krypto gelöst Eines der Dinge Technologische Innovation Globale Zugänglichkeit Kryptowährungen ermöglichen Finanzielle Teilhabe Für Menschen ohne Bankzugang Das ist auch wichtig Es ist niemand dazwischen geschaltet Wobei niemand Mit Anführungszeichen Zu genießen ist Ich Hab das meiste Von meinen Kryptos Bei Binance Also bei einer Börse Wo ich ein Passwort für brauche Und mich identifizieren musste Etc Ich hab da auch Ein Key für mein Wallet Aber trotzdem ist es im Endeffekt Eine Internetseite Aus meiner Sicht Ist am sichersten Einen USB Stick Zu besorgen Und da eben Die entsprechende Software drauf Da gibt es verschiedene Ich hab noch kein Cold Wallet Weil ich davon auch noch nicht So ganz überzeugt bin Und ich bin eben auch Aktiv Manchmal am investieren Und handeln Deswegen ist Binance Für mich die App der Wahl Aber so viel zur Zugänglichkeit Binance hat über 200 Millionen Kunden Das heißt wir Vielleicht schon im Milliardenbereich Von Menschen Die Zugang zu Krypto haben Ich bin einer davon Du könntest das auch sein Wenn du möchtest Der Schritt dahin ist Gering Geht Ich bereue es nicht Das letzte was es spektakulär macht Ist Transparenz Die öffentliche Blockchain Fördert Transparenz Bei Transaktionen Wenn man weiß Wie meine Wallet ID Im In der Blockchain heißt Dann kann man nachvollziehen Welche Transaktionen Dahin geflossen sind Und von dort getätigt worden sind Das ist öffentlich einsehbar Da mache ich vielleicht auch Noch mal ein Video draus Ist vielleicht eine nette Idee Aber es ist eben Wenn man weiß Wer die Leute sind Dann weiß man auch Was die finanziell treiben Das ist auch nicht gut Für die Transparenz Es gab mal eine Die Es gibt glaube ich auch Kryptos Die sich extra auf Transaktionen Spezialisiert haben Die dann eben Nicht einsehbar Somit verschlüsselt sind Aber auch das ist ein anderes Thema Von daher Transparenz ist ein Großer Nachteil Aus meiner Sicht Wenn es eben In den falschen Händen Liegt Diese Technologie Und diese Verantwortung Ich glaube wir sind Bei der vorletzten Seite Risiken und Herausforderungen Hohe Volatilität Starke Preisschwankungen Können zu großen Verlusten führen Das ist einer der Gründe Warum ich Investieren Oder zocken Nicht unbedingt empfehle Aber ich habe genug Informationen Und Selbstvertrauen Aus meiner Sicht Um es trotzdem zu tun So sehr Dass ich mich traue Mittlerweile An die Öffentlichkeit zu gehen Oder an die Welt In Anführungszeichen Und das mit euch zu teilen Aber es ist schon richtig Man macht ein Nickerchen Und auf einmal Hat man starke Kussschwankungen Sowohl im Positiven Wie auch im Negativen Also Die meisten Leute Die glaube ich investieren Verlieren Geld Es gibt auch die Leute Die das machen wie ich Ich bin großer Freund Vom Halten Also vom Hodln heißt das Einfach kaufen Behalten Warten Kaufen Behalten Warten Und so Sammelt sich da halt Stück für Stück Ein kleines bisschen was an Und ich finde es aber So interessant darüber zu sprechen Dass ich das jetzt halt Wie gesagt Über dieses Video Versuche zu kommunizieren Regulatorische Unsicherheit Fehlende oder sich ändernde Gesetze schaffen Unsicherheit Jo Das ist wahr Und auch selbst Wenn es welche gibt Es gibt ja zum Beispiel Viele Leute die legen Wert Auf eine Bafing Genehmigung Finde ich auch richtig Aber in der Realität Gab es zum Beispiel BitBravo Hieß die App Glaube ich Das war ein niederländisches Unternehmen Mit einer Bafing Lizenz Und einer europäischen Und die haben Ihre deutschen Kunden Innerhalb von ein paar Monaten Rausgeschmissen In Anführungszeichen Ich bin bei Binance Die haben keine Bafing Regulierung Und es funktioniert aber Trotzdem einfach So viel dazu Umweltbedenken Hoher Energieverbrauch Bei Mining Einiger Kryptowährung Das gibt es auf jeden Fall Zu kritisieren Der Energieverbrauch Aspekt ist interessant Ist auch wichtig Ich denke mir Auf der anderen Seite Es führt zu Innovationen Weil gerade die Firmen Die intensiv Mit den Technologie Und den Stromkosten Arbeiten müssen Sind eben an technologischen Innovationen interessiert Und daher Wer weiß was die Zeit noch bringt Und Wenn wir das vergleichen Energieverbrauch Bei Mining Einiger Kryptowährung Bin ich voll dabei Gerade beim Bitcoin Kostet immens viel Energie Ich weiß nicht wie viel davon Regenerativ mittlerweile erzeugt wird Aber Ich finde wenn man da so Zahlen Und so Artikel Und sowas heranzieht Sollte man vielleicht auch Vergleichswerte Wie zum Beispiel Für die Verteidigung Vom US-Dollar heranziehen Also Militärbudget von der NATO Kann man da schon mal Dazurechnen Als Energieverbrauch Das ist aber nur meine Meinung Hat auch einen Sicherheitsaspekt Ich wollte nur sagen Wenn es diese Umweltbedenken Und diese Zahlen Immer gibt Dann wäre es schön Wenn es auch Vergleichswerte gibt Zu dem anderen System Die wir haben Und Mein persönlicher Favorit Betrug und Scams Viele betrügerische Projekte Und Hackerangriffe Im Kryptobereich Hackerangriffe Hackerangriffe Habe ich noch keinen erlebt Ich selbst Bin schon auf Scam Reingefallen Das war auch teuer Teures Lehrgeld Aber entweder gewinnt man Oder man lernt Wird mir Nicht nochmal passieren Hoffe ich Aber interessante Erfahrungen Plural Ist mehr als einmal passiert Ich gelobe Besserung Aber gerade hier Viele betrügerische Projekte Und Hackerangriffe Im Kryptobereich Da ist man schnell mal In der Telegram-Gruppe Und kriegt irgendwelche Unheiligen Versprechungen Und ratzfatz Hat man Geld Oder Kreditkarte gezückt Oder sowas Und die Knete ist weg Macht das nicht Ich finde generell Das Geld Ist das wertvollste Portemonnaie Was wir haben In dieser Welt In dieser Finanzdemokratie Weil wir wählen Mit dem Geldbeutel Kaufen wir ein Produkt Unterstützen wir das Kaufen wir es nicht Setzt es sich wahrscheinlich Nicht durch So ursprünglich Die Markttheorie Grob zusammengefasst Aus meinem Verständnis Aber ich habe keine Ahnung Ich bin nur irgendein Typ Auf YouTube Der zufällig Hier ist Und vor sich rumschwurbelt Macht die eigenen Recherchen Und jetzt kommen wir glaube ich Zur letzten Seite Fazit Warum trotzdem Krypto Abwägung Die potenziellen Vorteile Von Bitcoin Und einigen Altcoins Überwiegen Die vielen Risiken Für mich persönlich Eben zum Beispiel Der Bitcoin Wenn die 21 Millionen Nahezu geschürft sind Können wir uns als Gesellschaft Darauf verständigen Welche Dienstleistung Welcher Beruf Welche Ware Uns als Gesellschaft Wieder wie viel wert ist Und zwar außerhalb Von diesem Paradigmen Wichsel Paradigmen Dass nur Knappe Güter Wertvolle Güter sind Eigentlich Aus meiner Perspektive Müsste man Wenn Die Nachfrage Hoch ist Und das Angebot Knapp Steigert sich der Wert So weit so gut Aber man könnte doch Und müsste und sollte doch Das Angebot erhöhen Sodass die Nachfrage Und Angebot In einem Verhältnis sind Aber Ich habe nicht studiert Wie gesagt Ich bin nur ein zufälliger Typ Im Internet Macht euch eure eigenen Gedanken Aber das sind meine Gedanken Zu den Abwägungen Dann kommen wir zum Wandel Die Welt befindet sich potenziell im Umbruch Und Kryptowährungen Können Teil dieser Veränderungen sein Und auch da wieder Pro und Contra Wie gesagt Die Digitalisierung Schreitet stark voran Alles Die ganze Welt Wird digitalisiert In irgendeiner Form Früher oder später Habe ich den Eindruck Und Es hat Vor Und Nachteile Wir als Menschheit Können entscheiden Was wir mit diesem Werkzeug anfangen Und für mich Überwiegen auch die Vorteile Wie gesagt Ich bin großer Kritiker Vom Geldsystem Vom Fiat Schuldgeldsystem Und ich glaube Viel Elend auf dieser Welt Hängt mit dem ewigen Minus Zusammen Dem wir hinterher laufen Spricht aber kaum jemand an Ist auch ein Strittiges Thema Das ist aber meine Meinung dazu Und der Grund Warum ich überhaupt Mich für Bitcoin Und Krypto Und diese ganzen Kram Interessiere Chancen Jeder hat die Möglichkeit Von den Entwicklungen Im Kryptobereich Zu profitieren Trotz aller Kritikpunkte Sehen viele Menschen In Kryptowährungen Eine Chance Für positive Veränderungen Im Finanzsystem Und darüber hinaus Es bleibt Eine persönliche Entscheidung Ob man sich Auf diese Technologie Einlassen möchte Schönes Schlusswort Das war auch Die letzte Seite Von daher Das waren meine Kurzen Gedanken Das ist der zweite Teil Der Reihe Kryptoschnören Mal gucken Was als drittes folgt Soweit zu Knusprig Vielen lieben Dank Für die Aufmerksamkeit Wenn es dir gefallen hat Und du mich unterstützen möchtest Gerne Daumen hoch Oder ein Follow da lassen Ich bin auf der Suche Nach mehr Reichweite Und Ruhm Ich sag nochmal Vielen lieben Dank Bleib knusprig Und auf Widerschnören Ciao